und auch heute wieder eine fahrt mit dem sa350 schönes wetter schöne strecke aber viel verkehr hallo youtube heute sind wir hier unterwegs von verdol die strecke hinauf nach neuenrade und von daraus muss ich mal gucken wie ich da weiterfahre es sieht so aus als ob ziemlich viel verkehr wäre hier hat aber eilig weiter kommt er dann auch los nicht naja zu dem verkehr kommt noch ein kran wagen die strecke die sette ja trotzdem die strecke die strecke und die strecke die strecke die strecke die strecke wird nun ein Schöner wäre es, wenn die Straße frei wäre und man die Kurven so ein bisschen flüssiger fahren könnte. Aber es ist, wie es ist. Man muss es nehmen, wie es kommt. Wie es immer so ist im Leben. Ja. Ja, da grüßt mich sogar ein Motorradfahrer. Dann kommen wir doch mit. Ja. Ich denke, ich weiß, wo ich langfahre. Ja, da vorne. Ja. 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 Da sind wir auf dieser schönen kleinen Strecke. Ja. 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 Na, ja. 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 Die Strecke ist in der Nähe des Strecke. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. Ciao!